Feinde zu den Bögen Wir sind in Gefahr Ja und die Wirdschütze den machen Ziemlich kurzen Prozess mit all den Gegnern Ich höre Habe ich jetzt die Forschung eigentlich? Ja, die habe ich. Okay. So Neue Fähigkeit verfügbar Titanforschung ist gemacht Es sind zu viele Können wir höchstwahrscheinlich noch, bevor wir die Paladin rufen können, unseren Titano Und ja, ich werde mich wahrscheinlich erst durch Brandigans Armee durchschlagen, bevor ich mich um den Spinnenmann kümmere Und ja, da ist das einzige Problem an den Weizenfarmen Sie ernten zuerst ab, bevor sie neu pflanzen Don, don, don! Tot, tot! Na gut, dann wird das Aria zuerst haben werden. Vor dem... Vor der Nahrung. Meine Güte. Okay, hier ist jetzt ein Wald entstanden. Die warten immer noch darauf, dass Bären nachwachsen. Na, ein bisschen Nahrung kommt hier noch zusammen, bevor sie alles an Weizen abgeerntet haben. Und wieder anbauen müssen. So. Man gebe uns den Titan. Oh, ich glaube der Erste fängt schon wieder an auszusehen. Auf meinen Befehl. Befehl, Diener der Nacht sind hier. Bisschen Rück zurückziehen erstmal. Feinde, zu den Bögen. Auf meinen Befehl. Geht mit mir. Jo. So, der Titan, der braucht eine Weide zum Ausbilden. Derzeit kriegen wir das Aria und die Nahrung zusammen. Ja, mit den ersten 10 Paladinen und den Elfen, die wir haben, können wir mal versuchen, eins durchzubrechen. Also das Gute ist ja, dass das Nahrungslager langsam Nahrung weiter produziert. Neue Fähigkeit verfügbar. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. Und das ist der Titan der Menschen. Der Greifenreiter. Auf seinem Greifen. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Ja, und hierin ist der Gott des Windes. So, da haben wir ja. Gut, auf 60 kostet dann nochmal 2000. Und ja, wenn... Elfinnen fallen, also Nachkampfelfen, dann ersetzen wir sie durch Paladine. Wenn Fernkampfelfen und Heilerinnen fallen, ersetzen wir sie... Also Rangerinnen können wir durch Windschützinnen ersetzen. Und Heilerinnen ersetzen wir halt standardmäßig. So. Der Greif wartet schon. Einsatzbereit. Wir sind bereit. Titanen sind halt toll. Sie haben viel Lebenspunkte, haben Special Skills, die böse sind. Aber sie sind jetzt keine Armeekiller. Wir brauchen trotzdem immer noch genug Truppen zur Unterstützung. Und ja, wahrscheinlich, wenn es geht, wenigstens noch auf 60 hochgehen irgendwann. Und man muss noch zuzusagen, Titanen sind meistens langsam. Der Greif wartet schon. Hierin schenke uns günstigen Wind. Der Greif wartet schon. Hierin schenke uns günstigen Wind. Wie sieht es eigentlich hier unten so aus? Stein ist alle, Eisen ist noch genug da. Na ja, die Eisenproduktion müssen wir auch denken. Im Augenblick haben wir genug, um nochmal fünf Paladine auszubilden. Es sind zu viele. Erwarte euer Kommando. Ah, einer fehlt noch. Gebt das Zeichen. Der Greif wartet schon. Sind bereits in der Luft. Sind bereits in der Luft. Sind bereits in der Luft. Auf eilenden Schwingen. Ihr habt gerufen. Sie haben es auf uns abgesehen. So, Paladin haben Feuerschilder. Bereit für den Kampf. Sind auf Feinde gestoßen. Los, Schwestern. Jawohl. Alles klar. Befehl verstanden. Können wir damit viel leichter die Tür einreißen. Würde ich sagen. Ihr habt gerufen. Wiert euch, Schwestern. Hier, folgt mir. Für die Freiheit. Sind auf Feinde gestoßen. Auf mein Zeichen. Es sind zu viele. Und los. Jawohl. Wohin soll ich gehen? Okay, da hat es meinen ersten Fahrradienst. Das ist sehr mit. Wir sind in Gefahr. Bleibt standhaft. Auf meinen Befehl. Es sind zu viele. Wir sind bereit. Feinde. Ich will helfen. Mein Bogen für die Rune. Rasch wie der Wind. Auf meinen Befehl. Schnell. Bleibt standhaft. Auf mein Kommando. Es sind zu viele. Wir sind bereit. Sind bereits in der Luft. So, dann greifen wir schön an. Sie schlagen zu. Wir sind in Gefahr. Was soll ich tun? Bleibt standhaft. Sie kreisen uns ein. Okay, also. Elend sehen. Schnell wie ein Pfeil. Ich höre. Vorsicht. Sie sind hier. Wehrt euch, Schwestern. Der Greif wartet schon. Befehl. Vorwärts, Schwestern. Los, Schwestern. Es sind zu viele. Ich höre. Seid auf der Hut. Feind, Kontakt. Mein Bogen für die Rune. Gut. Das heißt, wir haben im Augenblick nur Dingsis verloren. Also mehr Paladine. Elend sehen. Wie ein Pfeil. Wohin soll ich gehen? Ich muss aber auch drauf achten, dass sie nicht zu sehen sind. Auf der Hut. So weit vorpreschen. Der Greif wartet schon. Schenke aus günstigen Wind. Befehlt. Okay, das war der Weitläufer. Wind auf Feinde gestoßen. Mein Bogen für die Rune. Schnell wie ein Pfeil. Weil gerade hier durch wird's lustig. Gebt das Zeichen. Wohin soll ich gehen? Ihr habt gerufen. Wir sind bereits in der Luft. Der Greif wartet schon. Gebt das Zeichen. So, was haben wir hier verloren? Eine Weitläuferin wird durch eine Windschütze ersetzt. Der Greif wartet schon. Schenke uns günstigen Wind. Initiieren Ring. Okay. Guter Lederhelm. Ist auch nicht schlecht. Zauber Amok und Zauber Nebel. Der Greif wartet schon. Los, Schwestern. Los, Schwestern. Befehlt. Vorwärts, Schwestern. Jawohl. Alles klar. Okay, noch eine Nahkämpferin gefallen. Noch ein Paladin. Gebt das Zeichen. Wohin soll ich gehen? In Windeseile. Mein Greif wurde verletzt. Feindkontakt. Erwarte euer Kommando. Paladin gefallen. Wir sind in Gefahr. Es sind zu viele. Mein Bogen für die Rune. Mein Greif wurde verletzt. Es sind zu viele. Mein Bogen für die Rune. Vorwärts, Schwestern. Wir sind bereit. Wir müssen uns ein. Ich höre. Seid auf der Hut. Die Diener der Nacht sind hier. Was soll ich tun? Vorwärts, Schwestern. Der Greif wartet schon. Wir sind bereits in der Luft. Ja, das Tolle ist, am Ende dieser Straße müsste Brannigan dann auf uns warten. Und ja, wie ihr seht, hier durchzukommen, das wird lustig werden. Deswegen sollten wir sicherheitshalber mal wieder hier unser Let's Play überspeichern. Wir sind ja schon weit gekommen. Der Greif wartet schon. Auf eilenden Schwingen. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Auf meinem Kommando. Ihr habt gerufen. Hier. Die Schwerden zu. Gebt das Zeichen. Jawohl. Verstärkt die Verteidigung. Ja, das wird uns trotzdem sehr viele Leute kosten, da durchzukommen. Ich höre. Das ist in Gefahr. Bleibt standhaft. Einsatzbereit. Wohin soll ich gehen? Bereit. Folgt mir. Die Diener der Nacht sind hier. Sie schlagen zu. Gebt das Zeichen. Elends Segen. Wir sind in Gefahr. Rasch wie der Wind. Bereit für den Klaugen offenhalten. Wehrt euch, Schwestern. Bleibt standhaft. Gebt das Zeichen. Auf mein Kommando. Sie kreisen uns ein. Verstärkt die Verteidigung. Erwartet euch, Schwestern. Sie schlagen zu. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Auf mein Zeichen. Elends Segen. Sie schlagen zu. Wehrt euch, Schwestern. Auf meinen Befehl. Die Diener der Nacht sind hier. Bleiben standhaft. Ja, sobald wir die Türme hier eingerissen haben, müssen wir uns vorgarten. In die Schlacht. Elends Segen. Mal zurückziehen. Wir sind in Gefahr. Reiformieren und Truppen nachbilden. Die Diener der Nacht sind hier. Jawohl. Marschbefehl. Feinde. Zu den Böwen. Sie müssen halten.